hallo ich habe euch einen dolmetscher mitgebracht das ist barbara meyer hallo wir sind morgen wieder unterwegs falls ihr überhaupt keine ahnung habt wer diese komische frau hier ist dann verlinke ich euch dieses video da oben und dann könnt ihr da draufklicken und es euch angucken und dann könnt ihr eigentlich adäquat entscheiden ob ihr so ein ähnliches video morgen noch mal haben wollt wahrscheinlich kündigen wir das jetzt an und dann wird es morgen total langweilig und dann posten wir einen blog der total langweilig ist nein es ist nie langweilig mit uns ist es nie langweilig eine menge spaß ja also kommentiert einfach unten ob ihr bock darauf habt oder nicht wenn nicht dann lassen wir es und behalten alles für uns top secret what i'm gonna tell you now it's just meant for you on youtube youtubers renne und mich will have a fun girls day again tomorrow and we want to ask you guys if we should record this time again because we record already two redheads linked up down there whatever and yeah if you want to see us having fun again we would like to invite you back and Sephora we're gonna oh we're gonna do so many things so far so put a comment to this video yeah below please if you want to see us dance okay see you guys bye Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.